hey hey heute ist mein nuketown tag und ja da ich die map immer erwischt habe habe ich auch gleich mal hier rauf geklickt nämlich nuketown sprengkommando gut eben sind wir ja absolut untergegangen also ich nehme jetzt einfach so hintereinander mal weg bisschen auf also eben wurden wir echt nur ja haben wir echt auf die fresse bekommen wirklich ja das passiert nun mal wenn man jetzt irgendwie so ein team hat das nicht ganz auf der höhe ist da kritisiere ich jetzt auch kein james passiert hier bei call of duty nun mal so aber jetzt bin ich doch ein bisschen mit guter hoffnung eigentlich gar nicht wir werden wieder auf die fresse kriegen aber sei es drum nuketown nevada ich nehme mal wieder meine maschinengewehre so und gespielt wird sprengkommando ist so ein bisschen wie wasch bei battlefield ja so ein bisschen so ähnlich ziel a und b müssen wir jetzt in die luft ja so ein haben wir schon mal alter dieser penner da war doch meine schockladung wusste denn hin ich habe mich doch am arsch so jetzt noch mal schock das ist wunderbar noch mal eine da ich dachte schon der stirbt gar nicht mehr nehmen wir mal die hunter killer nein ich wollte doch die hunter killer du verdammter penner die namen auch nehmen wir mal die hellstorm rakete jetzt und zack kommen jetzt erwischt die meine jawohl ja ich bin schon tot was soll es was soll es so hier nehmen wir mal unsere vorräte und fliegt fliegt und holen wir jemanden die hat schon getroffen so was ist das für ein schickes ding okay eine fernlink ladung kommen jetzt weil ich weg da weg jetzt gehen wir mal wo seid ihr leute ja kravum na wie geht's dir du penner so den haben wir wir müssen da hinten verteidigen da war einer ja nun assist nach 20 treffern was war das jetzt ach verdammter mist okay diese runde bin ich gar nicht mal so übel habe ich aber den killstreaks zu verdammten wenn sie nicht die mombe ist aktiviert jetzt stirb, 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 stirb weg, 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 weg weg, weg, weg so so den habe ich auch noch oh verdammt war das knapp Ach, gut, 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 gut. So, Hellstorm. Wo seid ihr, ihr Miesen? So, jetzt, triff. Nee, der hat gar nichts getroffen. Du miese Ratte, sage ich da nur. So. Und flieg. Hol mir jemanden. Nee, der hat mir keinen geholt. Ja, noch eine Hunter-Killer-Drohne, doch. Nee, ist eine Drohne. Dann aktivieren wir sie mal. So, und zack. Was hast du denn gemacht? So, bringen wir mal die. Komm, beeil dich, beeil dich. Beeil dich. Na, okay, wenigstens konnten wir die Bombe ranbringen. Meine Granate, zack. Ich hoffe, wir haben die Ausrüstung zu zerstören. Oh, oh. Ja, top, da sehen wir. Da haben wir gar nichts gesehen. Egal, macht ja nichts. So. Schockladung. Trifft doch mal, jawoll. Habt ihr das gesehen, wie viele Kugeln der weggesteckt hat? So, steckt mal das weg. Ah, das hat er weggesteckt, mieser Penner. So, jetzt machen wir. Die feindliche Drohne nähert sich. So. So, den haben wir. Den haben wir auch. Alter, Bullshit. Ja, diese Waffe ist echt zum Kotzen. So, trifft doch mal jetzt. Was war das denn? Alter, Bullshit. So viel Bammel muss man erstmal haben. Und jetzt trifft. Okay, wir haben gewonnen. Die erste Runde. War gar nicht mal so übel jetzt hier. So. Je, ich bin der Killer. Schaut euch das an. Naja, man sieht zwar nichts, aber was soll's. Okay, Halbzeit. So. Na los, Jungs. So weitermachen wie bisher. Okay. Alter mieser Penner. Wie kannst du mich denn sehen? Ja, dank diesen... Meine Fresse. Immer, immer diese krassen Visiere und so. Alter, ich werde hier von links und rechts platt gemacht, sage ich euch. Wie hoch ist keiner. Ist da jemand? Weg da. Alter Bullshit. Und flieg. Okay, C4 zerstört. So. Alter, wo ist denn meine Schockladung hin? Ja, jetzt trifft sie erst. Okay, Schockladung. Was ist... Okay, den jage ich jetzt mal. Nö, der ist bestimmt jetzt tot. Ach, unser Einer. Okay, hier geht's aber echt ab, Leute. Oh, weg hier, weg. Ah, weg hier, weg. Jawoll. Ach! Mist. Du stirbst mal, du Penner. Du legst hier bestimmt keine Bombe. Da, da ist er doch. Ach, Mann, Mist. Hey, unser Team ist aber echt manchmal voll blind, ne? Ja, der stirbt. Da, hinter dir, du bescheuerte Idioten. Na gut, die konnte ich beide holen. Nicht sauer werden, was passiert nun mal. Ah, weg, Granate. Das war knapp, sag ich euch. So, den habe ich auch noch. Oh, Mann, eine Granate da rein. Okay, das war's. Sieg, Zeit damit erreicht. Oh, Mann. Ja, hüpf weiter, du Fickfrosch. Das hast du davon. Ja, voll auf die Fresse noch. Gut, Leute, das war's, glaube ich. Ein Sieg. 2 zu 0 für uns. Ja, aber sowas von. Die Runde hat Spaß gemacht. Echt. So, Nuketown verdünnisiert sich hier natürlich. Hat's euch Spaß gemacht, Leute? Dann kommentiert, liked es doch das Ganze, abonniert es und schaut auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit rein. Macht's gut und bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.